Schluss mit öden Bahnreisen. Ab jetzt hast du dein Soundtrack überall und jederzeit. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von tragbaren CD-Playern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den wiederaufladbaren, tragbarer Arafuna CD-Player. Dieser tragbare CD-Player kommt mit eingebauten Dual-Stereo-Lautsprechern, sodass du nicht mehr ständig Kopfhörer tragen musst. Und das Beste daran ist, dass er auch mit einem drahtgesteuerten Kopfhörer geliefert wird, falls du doch mal die Privatsphäre suchst. Aber das ist noch nicht alles. Dieser CD-Player ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku ausgestattet. Schluss mit dem lästigen Wechseln von AA-Batterien oder dem ständigen Anschließen des Ladekabels. In nur etwa vier Stunden kannst du ihn mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel vollständig aufladen und erhält mehr als 15 Stunden bei Musikwiedergabe bei mittlerer Lautstärke. Aber das ist noch nicht alles. Der Arafuna CD-Player bietet auch Keylog, Last Memory, AB Repeat Playback und sogar die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit anzupassen. Das ist doch mal eine beeindruckende Vielfalt an Funktionen, oder? Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Player auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Klim-Nomad-Trackbarer CD-Player. Du verdienst das beste Hörerlebnis. Und genau das liefert der Klim-Nomad. Mit verlustfreier CD-Audio-Qualität und den meistverkauften Klim-Fusion-Ohr-Hörern im Lieferumfang wird deine Musik zum wahren Genuss. Und das Beste daran? Dank des doppelten Audioanschlusses können sogar zwei Leute gleichzeitig ihre Lieblingstracks hören. Perfekt für gemeinsame Momente. Aber das ist noch nicht alles. Der Nomad ist ein wahres Multitalent. Mit Bluetooth-Konnektivität kannst du ihn mit deinem Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden und kabellos Musik genießen. Oder nutze den TF-Kartenleser und spiele deine Lieblingsmusik direkt von einer bis zu 32 GB großen TF-Karte ab. Und hey, vergiss das Radio nicht. Der portable Radio FM sorgt für den perfekten Mix, egal wo du bist. Okay, ich höre dich schon fragen. Was ist mit den lästigen Unterbrechungen beim Bewegen? Keine Sorge. Der Klim-Nomad hat da auch vorgesorgt. Der Anti-Schock-Chip sorgt für unterbrechungsfreie Wiedergabe, indem er 100 Sekunden Musik vorlädt. Keine Aussetzer mehr, egal ob du unterwegs bist, pendelst oder Sport treibst. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Monodeal CD Player, vorstellen. Dieser tragbare CD Player kommt mit zwei Stereo-Lautsprechern, sodass du deine Musik ohne ständiges Tragen von Kopfhörern genießen kannst. Die Klangqualität ist herausragend und ermöglicht ein unvergleichliches Hörerlebnis für alle Arten von CDs. Und hey, das große LED-beleuchtete Display sorgt dafür, dass du auch nachts alle Informationen im Blick hast. Aber das ist noch nicht alles. Hier kommt das Besondere. Bluetooth-Funktionalität. Dieser CD Player unterstützt Bluetooth 5.0, was bedeutet, dass du ihn mit deinen Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern verbinden kannst. Die Übertragung ist schnell, stabil und reicht bis zu 6 Metern. Und für diejenigen, die lieber kabelgebundene Kopfhörer verwenden, gibt es sogar zwei Kopfhörerbuchsen. Jetzt, warum ist dieser CD Player leistungsstärker? Er unterstützt nicht nur herkömmliche CDs, sondern auch MP3- und HD-CD-Disks, sowie Musikformate wie FLAC, WAV, CDDA und WMA. Das Beste daran? Es hat sogar einen Micro-TF-Kartensockel, um es mit dem Mini-CD-Player abzuspielen. Und für die Kreativen da draußen, ja, es hat eine eingebaute CD-Brennfunktion. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen, tragbaren CD-Player. Danke fürs Zuschauen.